Bring Anna mit war zum 20. Mal das Motto des längst legendären Jugendkulturfestivals, diesmal in Fernwald-Steinbach. Mehr als 1000 Jugendliche folgten dem Aufruf der Kreisjugendpflege. Einer der Höhepunkte am Samstag war die Gruppe 11-5-1. Wir haben im Vorfeld ungefähr 25 Jugendliche aus dem gesamten Landkreis Gießen gefunden, die sich hier über mehrere Wochen im Jugendraum in Steinbach getroffen haben, um die Veranstaltung vorzubereiten. Eine Veranstaltung von Jugendlichen für Jugendlichen. Spitze Sache. Die gute Laune hat sich vor allem auch gestern Abend nach der letzten Band gezeigt. Da war schon eine halbe Stunde, Stunde, die Musik zu Ende. Und da saßen die Jugendlichen noch vor der Bühne und haben mit der Gitarre gemeinsam gesungen. Es war einfach eine tolle Stimmung und so soll das sein. Ich habe selten so ein gutes Festival wie dieses erlebt. Also kann ich eigentlich nur sagen, die sind wirklich alle total gut drauf. Wir haben eigentlich keine Ausfälle und es ist gute Laune von Anfang bis zu Ende. Es ist wie immer geil, BÄM! Das ist einfach absolut total toll! Auf jeden Fall total geil, hier gerade Left 5-1 und die Cover-Grad-Zock von Alzheimer-Low, total geil! Uns gefällt es ganz gut! Das will eben die Musik, die Bands! Das war's W Pinterest! Das war's W當然. Das ist, was大的 Lohr-Grad-Zock von somebody- confrontation. zu sehen uns mal, auchdy Amina Und jetzt спрос driven sich, Das war's honor. Bis zum nächsten Mal, Kopf nach SUN